was geht doch ein hornritter besiegt ja abschnitt abgeschlossen und ich habe schon wieder nicht darauf geachtet wann der part zu ende ist naja ist nicht ganz so schlimm dass es ja immer noch ich lade ja immer zwei videos ich lasse ja immer zwei videos von diesem let's play am freischalten deswegen ist das jetzt hier nicht ganz so schlimm ich darf jetzt nur nicht ich darf jetzt nur nicht vergessen wenn ich die eine stunde marke überschreitet wenn ich die eine stunde marke überschreitet sich da abmoderieren weil internes let's player gefase es braucht euch nicht zu interessieren wie ich meine uploads koordiniere denn das wäre ja töricht hier ist doch keiner ist denn du siehst eher nach die brause flinkheitsgürtel hat laufgeschwindigkeit magnetriegegenstände können ohnehin clean aufgehoben werden nämlich so ach so funktioniert das das ist ja irre wie viel liebe zum detail in diesem in diesem spiel steckt verblüfft mich momentan absolut ja bitte gib mir mein wechselgeld so und wie rüste ich den jetzt aus oder hatte ich den jetzt permanent ausgerüstet rosmarin nabel maulbeersamen maulbeersamen todes napf macht niedrig gegenstände kohle ohnehin aufgehoben werden meine damen und herren bitte mal noch ein bisschen leben maulbeersamen 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 großmarin nein da gehen wir jetzt hin genau ich würde fast wie die da durchrennt einfach nur gut ähm maulbeersamen pflanzen wir gleich mal ein ha 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 geh runter du verdammte elfe na mal ein maulbeer maulbeer Wir brauchen... Ach, bin ich froh. Im Gegenstandsmenü sehe ich gerade, bewegen sich die Gegner nicht mehr auf uns zu. Gut, Maulbeere. Ja, Stufe 4. I'm so in war. Mir fällt gerade auf, dass diese kleine Tussi hier ziemlich mich gerade sehr an Shedina erinnert. Oder zumindest an... Oder an Tiaria. Eins von beiden wird sein. Nein. Nein, ich möchte Tiaria. Wenn Tiaria so aggro wird, wenn sie ausgewachsen ist, dann guten Nacht, Leute. Hahaha, voll und ganz. Ich bin burning. I'm on fire. Da geht doch... Bay. Immer schön die Phosphate assimilieren. Ich vergesse das dauernd, habe ich das Gefühl. Texte immer. Durch überlegtes Kämpfen ist es wichtig, die Distanz zum Gegner zu beachten. Kräfte zu sammeln und dann schnell zurückzuschlagen. Einzelne Gegner anzugreifen ist am besten. Ja, wissen wir doch. Das Schwingen der Waffe ist nicht alles, um sich im Kampf zu behaupten. Gibt es auch, Wunden zu versorgen, Magie und Gegenstände einzusetzen und die Waffe zu stärken? Bin ich dabei? Ich arbeite mich... Hm? Was? Die Taschen sind voll? Ne, mein Brötchen. Danke. Sammeln jetzt mit dem Ring wahrscheinlich Unmengen von nutzlosen Zeug dann ein. Aber ist mir im Kampf egal. So. Dahin bin ich. Ich mag die Musik. Huh. So. Hauptquartier der Wahn. Oh nein. Ich habe jetzt nicht aus Versehen ein Story-Event ausgesetzt. Oh doch. Oh. Was bist du denn? Wir sind tatsächlich die Asen. Ich glaube es ja nicht. So viel dazu. Was ist das? Da, was ist denn das so? Irgendwie. Ach, du heilige. Äh, das, meine Damen und Herren, wird lustig. Das wird lustig. Nein, das wird episch. Ah, geht doch. Zykloon. Das war für heute. Was? Ugh. Na, nein! Ey, was soll der Kette unterbrochen? Warte. Ich bin nicht mit dem Kette unterbrochen. Es wird nicht mit dem Kette unterbrochen. Wir rennen im Kreis. Der wirft mit Gegenständen nach uns. Mit Rüstungsteilen. Wahrscheinlich auch den Kriegern, die... Und jetzt wirft... Wirbelt er sie offensichtlich durch die Gegend. Er hat seine kleinen Pets mal eliminiert. Er ist schon zur Hälfte down. So, was haben wir denn hier? Maulbeere. Genau. Dreiecke. Warum fällt das? Das Zeug dauert auf mich. Ja, ich bin... Ein sehr aggressiver Kämpfer, habe ich das Gefühl. Zum Glück sticht er überhaupt. Wir fliegen... Gerade. Ah. 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 Nein. Nein. Okay, wir kämpfen überlegter und gewissenhafter. Gegen dieses Vieh. Alter, ist das episch. Ah. 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 Er hat uns ausgewirkt. Das war gerade... Das war gerade... Vom hinten anzugreifen, ist immer noch die beste Methode für den. Ups. Das war richtig. Das wollte ich gerade. Au. Ah. Regenerier dich schneller. Alter. Alter. Ich muss immer versuchen, hinter... hinter dem zu bleiben. Napal. Beschwört eine Welle von Explosionen. Was ist sowas von? Wir haben ihn zur Hälfte. wieder. So. Die Rüstungsteile fliegen immer noch. So. So. Ah. Nein. Dieses Scheiß-Hig. Dort. Händliche Verstärkung ist eingetroffen. Wir haben Molbeersamen. Zyklon! Nein, was ist... Ich bin wieder in meinen Zyklon reingesprungen. Nein. Scheiße. Okay, ein weiterer Versuch haben. Alle guten Versuche sind drei. Wir pflanzen als allererstes eine Molbeersamen. Ich bin schon wieder in meinen Zyklon reingesprungen. Warum raffe ich das denn nicht? Warum raffe ich das nicht, dass das Ding mich tötet? Das frage ich mich gerade echt jetzt. Okay. Das werden wir beim nächsten Mal dann rausfinden, Leute. Weitliche Verstärkung ist eingetroffen. Hört doch auf, ey! Ich pflanze noch schnell den Molbeersamen. Au! Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Odin Sphere. Vielen Dank für's Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Nein! Haha!